Wir haben uns, ist unsere Eltern, dass wir mehr Bürger auf uns sollen gestehen. Auf unserem Aktienplatz in der Vollpfandstraße und heute hier begrüße ich den Club und die Vertreter vom Club, die das alles mitorganisiert haben, die Spielerinnen und natürlich die Sparkasse, die das möglich machen. Autoreifen, die müssen angesprüht werden. Zum anderen haben wir einen Rasen, der gemäht werden muss und Hecken, die geschnitten werden müssen. Die hat einfach, ach so, die hat einfach, die hat keine Sicherheit. Sie geht einfach ganz schwer. Ich staube euch etwas voll. Achtung, hier sind wir auch noch nicht, bitte. Hier ist mein ganzes Holz. So, jetzt. Ach so. Ja, genau. Ich will das denn nicht kaputt machen. Immer von der anderen Seite. Hier sind die Nägel. Was zum Nägel raus? Ja, jetzt. Ja, jetzt. Ich muss eigentlich nur die Nägel raus. Ähm. Gibt es denn, Sie sägen? Wir spielen damit. Ja, ja, ja. 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 Ich weiß nicht, ob es gut ist.